Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video, wir spielen Dead by Daylight mit der Yui, mit den Perds, dafür geschaffen, hart im Nehmen, Gelegenheit nutzen und Bond. Ah! Meine Fresse! Oh mein Gott, Alter, wo kam die jetzt auf einmal her? Oh! Heilige Scheiß, mein Herz. Die Runde geht ja schon mal super los. Ja, Scheiße. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Heilige Scheiße, Jonas. Na ja, schaut mal die Kommentare, wie es euch so geht. Also, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ja, aber die kann die... Wie konnte die mich cremmen? Weil wenn die so ist, kann die mich ja nicht cremmen. Ah, weggehe. Oh nee, Alter, verschwindet auch. Ich weiß gar nicht mit mir, wohin, weil ich hab Angst, weil ich hab ganzes Thermoradio. Okay, jetzt besiegt er... Digga! Sie! Jetzt haben wir es bei zwei, dann kann ich den hier durchziehen hoffentlich. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 Mein Gott, ich habe das so ein bisschen an vor dem Schwein. Oh, Diga, nicht, dein Herrn. Warte, nehm du Schweinchen. Es tut mir leid. Das habt ihr doch mal gesehen, wie ich hart im Nehmeinsatz. Hi, Mich. Dankeschön. Victorio, hast du warme Hände, ey. Tut mir leid, dass es wirklich in dieser ganzen Zeit, ich glaube, es waren jetzt so 3-4 Monate, dass kein Video kam. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe die Aufgabe, mit Yui einen Ausgangsort zu öffnen. Ich glaube, die kommt her. Wenn ihr Perks-Empfehlungen habt, die ich vielleicht mal beim nächsten Video ausprobieren soll, dann sag ich es beseit. Ich werde nämlich mal so ein Video machen, wo ihr mir Perks in die Kommentare schreibt, die ich es nehmen soll. Oh, das ist ein Video. Nein, böse Schweinchen. Ah, daneben. Ah, sollte man vielleicht nicht so offensichtlich sagen. Ich weiß, dass was ich hier mache, ist ziemlich böse, weil es darf nicht bei Paletten kämpfen. Digga, warum werde ich jetzt wieder gejagt? Was habe ich dir getan, du? Kackerschweinchen, Junge. Kack dich nicht einfach, Löw. Oh mein Gott, ich hätte es mal fast funktioniert, hätte ich. Nein, das machst du nicht, du böses Schweinchen. Na toll, jetzt fäng ich wieder hier rum. Ich kann aber leider, glaube ich, nur ein bis zwei und nicht spielen. Ja, weil sonst, ich muss dann nämlich, ähm... Oder ich bin halt einfach nicht so lange, weil... Oh mein Gott, wollte ich gar nicht drücken. Oh nee, jetzt habe ich hart und nehmt auch gebraucht. Kriege ich nochmal hart und nehmt, ich weiß es gar nicht. Oh, da braucht ihr dieses Pöp dabei, heilige Kacka. Du hältst mal da um deinen Maul, ja, du blöde Puppe, Junge? Sorry, sagt man natürlich nicht. Ich muss meine Falle im Auge behalten, ist ziemlich wichtig, der Countdown. Victorio, wenn du jetzt das Schweinchen mitbringst, ich würde, ich töte dich. Also ich will nochmal anmerken, ich bin ein ziemlich nicer Killer, Schild 1 sogar. Natürlich gehst du wieder auf mich, du kleine Tunderin, du kleines Mistvieh. Warum gibt es denn hier keine Palette, was ist das? Hier gibt es nix, gar nix. Was machst du? Digger, kann ich überhaupt ordentlich spielen, Junge? Geht das? Oh, Digger. Danke, dass du mir die vom Altwerk nehmst. Küstchen aufs Nischchen. Ey, jetzt ist die auch tot, Junge. Aber die kann doch nicht ordentlich spielen, warum rennt die mir denn? Warum geht die mal die Palette, wenn die Hütter sie hinter mir ist? Das sind Spieler, die überhaupt nicht leihen kann, Junge. Das ist ein Ehrenspannchen. Was habe ich denn davor gesagt? Du sollst die Schnauze halten. Oh, meine Falle ist rot. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Ich probiere jetzt, mich mit dem Killer in Waren zu freunden, weil die Runde, die könnten wir noch schaffen, ja, aber das ist ziemlich hoffnungslos. Danke, dass du mich schickst. Ich würde echt mal interessieren, wo das Schweinchen zurzeit ist. Ja, und jetzt? Du willst ja jetzt stehen, wenn das jetzt schon fertig ist. Kann man es natürlich auch machen. Stehe da jetzt echt. Der Alter hat mir gar nicht deine Ernst. Es dauert zwei Minuten so ein Jen. Oh mein Gott, du bist lebensmüder. Aber da könnten ja noch drei hinpassen, wenn man sich da so ein bisschen einquetscht. Ich ziehe gar nicht den T-Sets durch. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, Victor. Du meinst, du kleines Kaka-Schweinchen. Komm, jetzt geht's. Digga, warum kommt Victorio hier hoch? Oh. Nee, das war ein bisschen daneben, würde ich sagen. Tschaui. Oh, oh, ich hätte den Geraster gekommen. Gut, geh einfach weg. Lass mich hier um, ist gut so. Oh ja, komm durch! Ball dich! Geil, Alter, ich küsse dein Herz, Junge. Hä, und was hat das Speinchen jetzt? Er war doch bei mir, das hast du doch selbst auch gesehen. Was war das Ziel jetzt noch? Nein, ich muss den Ausgangstür öffnen. Ey, bitte! Ich muss das öffnen, danke schön. Mit Deckung. Dann geht's zum anderen. Muss ich da lahmarschiger Dude erstmal hinkommen. Wo waren es? Es war circa hier irgendwo, oder? Oh, ich hab nicht aufgepasst. Da ist es. Aber wenn Victoria... Ach so, der macht das andere auch aus. Aber ich muss ja auch ein Tor aufmachen. Die Victoria rennt erstmal schön raus. Perfekto. Aber ich hoffe, meine Aufgabe ist dann erledigt. Aber ich muss ja ein Ausgangstür öffnen, oder? Oh, jetzt beim Ausgang. Ich muss reinhauen. Ja. Na komm, noch ein bisschen ein kleines Abschiedsspiel, komm. Ich glaube, das war sein aller schlimmster Fehler, diesen Ausgang nicht zu bewahren. Und meine Aufgabe fällt, bitte, 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 ich habe echt gedacht, das wird überhaupt nicht. Ja, perfekt. Ich habe echt gedacht, wir werden richtig reinschleißen, so extrem doll. Also, ich, ja, aber, oh, fließt ich, er hatte einfach, oh mein Gott, wie los kann man sein? Er hatte Lichtbohren, aber hey, obwohl wir alle keine Taschlampe besitzen. Das ist wirklich, ähm, ja, ja, so, ich würde sagen, entweder, ich mache jetzt, ähm, das war's mit dem Video, ähm, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, schreibt in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da und ciao.